Servus Leute und herzlich willkommen zu einem Bug in FIFA 18 und auch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wenn ihr diesen Bug ausnützt, kann es vielleicht auch sein, dass ihr von EA gebannt werdet. Aber ich und der liebe David, der hier am Start ist, sind noch nicht gebannt worden von EA. Und zwar handelt es sich bei diesem Bug um einen Coins Glitch. Und wie ihr diesen Bug ausnutzen könnt, zeigen wir euch jetzt. Zuerst braucht ihr einen Freund, der mit euch hier auf der PS4 zog gerade. Jetzt gerade ist es hier der David. Und dann geht ihr hier im Freundschaftsspiel, sei sonst, geht dann auf den Freund, geht dann auf Partiespiel. Das Wichtige ist, ihr braucht ein komplett leeres Team mit keinem Spieler drin. Und jetzt muss ich hier erstmal den Vertrag mit Holmingson machen. Alles klar, Daniela. Und dann ladet ihr euren Freund einfach ein. Hier wird die Einladung gesendet. Und David, du darfst jetzt noch nicht reingehen. Jetzt müsst ihr hier. Bei mir ist es jetzt Aufgaben. Das ist mein leeres Team. Natürlich hier im Mittelfeld 79. Ich weiß auch nicht, wieso. Und jetzt, David, kannst du reingehen. Ja, ich bin gejoint. Und da ist er auch schon drin. Da musst du jetzt hier auf Weiter klicken. Und dann gehe ich jetzt hier zu meinem normalen Team rüber. David und ich wählen dann die Trikots. Und dann gehen wir hier ins Spiel rein. Und David, du musst jetzt sagen, was du siehst. Ein leeres Team. Ja, hab ich gesagt. Und jetzt, Freunde, schaut, was jetzt passiert. Und zwar bricht jetzt EA die Partie ab. Hier ist dann auch die Benachrichtigung. Und ja, ihr bekommt einfach auch noch die Coins dann. Also es ist eigentlich fast schon so, als hätte David jetzt die Partie abgebrochen. Und wir faken hier wirklich nichts. Es ist wirklich hier gerade nur hier drin. In EA, in Food, in FIFA. Keine Ahnung, wo in den Servern oder so. Ich weiß auch nicht. Vielleicht fix das ja EA bald. Auf jeden Fall habe ich und der David den Pack jetzt schon dreimal ausgenutzt. Und ja, ja. Ich habe jetzt hier 199 Coins Plus gemacht, glaube ich. Und ja, wenn ihr das dann ein paar Mal macht, dann kommt ihr auf jeden Fall auf ein paar mehr Coins. Aber das war es dann für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.